guten morgen meine lieben oder guten tag oder guten abend je nachdem wann ihr mich seht ich habe das jetzt als test genommen aber ich bin nicht zufrieden soll es lassen oder soll ich auf pause drücken oder soll es wie andere machen und sich beispiele meine versuche euch ein optimales bildergebnis zu liefern vorne dran stellen ich glaube das mache ich alles jetzt nicht ich drücke mal kurz auf pause so so ist es besser 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 für mich jedenfalls weil ich konnte eben kaum was sehen weil irgendwie vom licht so geblendet war gut die beleuchtung ist etwas etwas fragwürdig aber so ist es halt wenn man in die jahre kommt man kriegt seine jahresringe ich habe noch nicht herausgefunden wo man bei youtube bisschen weich zeichnen kann aber das macht auch nichts es ist egal das heißt es nicht egal habe ich viel dafür getan dass das alles so in meinem leben schützt schon wieder leute wer jetzt gedacht hat um himmels willen wer ist diese frau wo bin ich gelandet ihr seid gelandet in meinem handarbeits podcast maschenbilder da fällt mir gerade ein mein maschenbild dieser folge habe ich überhaupt nicht da aber macht nichts ist auch nicht schlimm ich lege einfach mal los wahrscheinlich wird es wieder eine zusammengeschnittene folge falls nicht habe ich es besser und leichter und ich habe so wenig zeit momentan es ist echt so aber ich habe jetzt gedacht heute morgen ist ziemlich früh und ich habe noch nicht gefrühstückt und noch nichts großartiges angefangen aber da drehe ich wenigstens mal ein teil von meinem film denn es gibt viele leute die mich schon angeschrieben haben und darauf warten und ich möchte auch nicht zu eine große pause machen zu lange pause gut genug gequatscht es geht los was habe ich euch neues zu zeigen in meinem wahn doch hin und wieder zwischendurch störprojekte anzufangen ist ein entscheidendes störprojekt dazwischen gekommen warum ich da derzeit so viel dran gemacht habe kann ich euch nicht sagen es ist ein boppel rest von diesen boppel ach siehst du da muss ich eh noch mal auf pause drücken von diesen boppelchen habe ich nämlich einen schönen bekommen hier habe ich mit dem rest experimentiert also mit diesem rest habe ich ein tuch entwerfen wollen selber dann ist mir aber eingefallen das gibt es schon hier habe ich wie wild gestrickt weil ich einfach spaß daran hatte dieses muster kann ich euch dann auch mal zeigen hoffe ich ihr kennt das alle es kommt halt mit diesem boppel nicht so klar im moment raus aber es verstrickt sich wunderbar ich zeige es euch mal dieses muster dieses dieses strikt so das gibt es in x facher version überall bei allen möglichen projekten und ich glaube ich begehe jetzt hier auch kein keinen urheber schutz verletzungen wenn ich euch diesen chart rein halte ich halte mal ganz kurz das da unten gibt dann auch noch mal extra spitze aber das ist das teil wo ich eben einfach mal ausprobieren wollte denn ich war im probier waren ich habe probiert und probiert und probiert jetzt zeige ich euch noch mal jetzt wie das besser zu sehen ist da auf dem dunklen untergrund das hat das strickt sich so schön und es macht so einen guten effekt guckte mal wie toll das wird ja und hier oben habe ich ein anderes muster probiert das kann ich euch ich dachte auch schon mal aufschreiben aber das mache ich sowieso nicht leute ich werde es nicht aufschreiben das ist aus irgend so multi muss ist das auch das sind drei maschen zwei maschen links zwei maschen rechts und am anfang der reihe wird immer werden drei rechte maschen zusammengestrickt und eine ein umschlag gemacht und das wird versetzt und das wird auch ein sehr schönes muster das habe ich auch mal probiert was ich machen kann ist ich werde diese charts vielleicht fotografieren und in pinterest zeigen ich werde das ist eine idee pinterest ist ja sowieso der wahnsinn ja ich weiß nicht wer von euch pinterest nicht kennt wer sich einmal damit befasst hat wird süchtig noch eine sucht jetzt sind natürlich wieder maschen runtergefallen weil ich das ganze momentan auf einer stricknadel habe einer cubic meiner lieblings stricknadel einer dreier cubic aber die ist nicht lang genug für das tuch deswegen muss ich hier mit zwangsweise aufhören aber es macht so ein spaß denn ich wollte diesen boppel probieren ich holen mal also mein neuzugang in dem zusammenhang warum ich partout jetzt hier rum experimentiert habe mit diesem rest ist dass ich einen ganzen boppel gekauft habe und zwar viele von euch werden es kennen ich kannte es noch nicht weil er ist knötchen hat eine facebook seite glory le bruschen ich weiß nicht genau wie sie es ausspricht glorie le bruschen sag ich mal ich halte euch noch mal rein hier auf dieser webseite nein facebook seite findet ihr entweder valeries knötchen ist glaube ich der name der der webseite und die glorie le bruschen zusammen mit ihrem mann frank das sind diejenigen die diese sehr experimentellen wickeln und das hat mich so gereizt da hatte sie eine verkaufsaktion und habe ich einfach mal bestellt weil das ist ein unikat mit glitzer dass ich den haben musste kennt ihr ja alle haben müssen nicht wollen haben müssen wolle haben müssen und bevor ich diesen knottel für irgendein projekt wirklich einplanen wollte ich erstmal doch diese sehr spezielle wicklung austesten ja und so kam das hier zustande ich glaube es muss aber jetzt ein bisschen ruhen obwohl es auch ein schönes unterwegs projekt ist aber ich muss mir erst eine längere nadel besorgen sonst haut mir das immer ab ja so viel dazu dass ich mit bei fünf projekten im jahr ach quatsch am ende dieses jahres bei fünf projekten maximal gleichzeitig landen will kann mir nie passieren wenn ich dauernd was neues anfangen ja ich habe mich jetzt hier schon hingestellt an mein bett damit ich das besser holen kann was ich euch zeigen will dann habe ich noch was neues angefangen muss noch mal pause drücken meine ganzen sachen sind derzeit überall verteilt weil ich gestern war ja der erste mai und da hatte ich seit langem seit langem 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 mal einen ja ich sag mal ein kreativ tag wo ich meine kreativen aktionen nicht nur so zwischendrin und mal abends wo ich schon tot müde war weiter gemacht habe sondern ich hatte mir den wie im kalender geblockt dass ich an diesem tag neue projekte plane weil die jenny von wo liegen geplauder hat ja wieder gewürfelt und das projekt zwei steht fest und gleichzeitig habe ich natürlich auch noch ein paar dinge voranzutreiben war aber auch inspiriert und in einem in einem kreativ gewusel in meinem kopf das war ganz blöd irgendwie am ende des tages als ich gestern gedacht habe okay jetzt hast du wirklich mal dir den tag nur für deine handarbeiten und diese ganzen dinge mal freigehalten mein mann der wollte gern unterwegs sein aber er hat es dann auch nicht gemacht und dann haben wir so ein bisschen rumgelungert und so kam das dass ich viel an ausprobiert habe und nix nix raumgreifendes fertig bekommen habe es war ein bisschen frustrierend ob gleich dreht schon auf irgendwas drauf was hier unten liegt aber als ich dann abends ein bisschen enttäuscht war von meinen meinen tatsächlichen ergebnissen meiner überlegung war ich froh wenn ich da wieder ein stückchen weiter stricken konnte und da gab es nämlich das konzert vom andré rieu von letztem jahr in maastricht das gab es im swr als wiederholung die aufzeichnung der dieses konzerts das war so dramatisch hat mich dann getröstet weil ich bestehe euch gleich meine sünden achtung kraspeln ich drücke jetzt mal auf pause mit zu akraspeln macht so da bin ich wieder das seite hier gewöhnt ich glaube das merkt man auch gar nicht so wenn man gelegentlich auf pause drückt vielleicht wird es euch ein bisschen schwindelig dieses projekt hier hatte ich vorgesehen ich glaube das kann man zeigen da muss man nichts da ist kein keine gefahr zumindest mal die konstruktion und es ist ja sonst wo schon veröffentlicht und dieses bild die anleitung von svetlana gordon nennt sich auch tascha schuh gordon also der ihre sachen die faszinieren mich derartig dass ich gedacht habe ich werde dies so ein projekt in diesem jahr mal verwirklichen gekauft hatte ich die anleitung schon länger und war der meinung lässt sich bewerkstelligen ich bin bereits an dem ersten halben ahornblatt ich zeige euch das mal hier ein bisschen näher diese diese blätter stellte scharf ich hoffe es genug das wird ja immer ein halbes blatt gestrickt dann geht zurück gestrickt und das nächste halbe blatt ich war schon beim ersten beim ersten halben blatt mit den nerven am ende und dann habe ich mir gedacht nee das hat kein wert das ich habe dann mal ein paar projekte in revelry mir an revelry angeguckt von anderen strickerinnen und strickern aber ich glaube es waren strickerinnen die dieses projekt schon realisiert haben das ist ja das tolle bei revelry dass man auf dem immer diese anleitung offen hat kann man ja oben gucken projekte da sieht man dann ein eine link eine verlinkung zu der seite wo andere wird alle diejenigen fotos gesammelt sind von leuten die das projekt schon gestrickt haben und das finde ich seitdem ich das mal zufällig irgendwie entdeckt habe so genial und da habe ich natürlich gleich mal gestöbert wer hat das tuch noch gestrickt und wie ist das da geworden und welche wolle haben die genommen denn das hat sich auch mit als problem herausgestellt die wolle warum die wolle ich kann es euch gleich noch näher erklären wenn ich euch noch weiter berichte was ich da in dem zusammenhang noch alles angestellt hat für mich ist es jedenfalls so also die wolle wenn die so weich und fluffig ist ich hatte mir drauf geschrieben jobs die leid und mille colori von lang jans also sonst sollte nach möglichkeiten schönes farbverlaufsgarn sein und damit es diesen tollen effekt gibt ja jetzt habe ich ja genug in meinem stash ich zeige euch mal was ich so angedacht hatte ich habe einmal diese die leid hier sehr schön könnte man auch damit kombinieren und dann wo ich ursprünglich auch wie ich es in meiner vorausschau für sechs strick sechs in 2009 10 vorgesehen hatte ist dieses kaschmir garn von warte mal ich gucke ob ich eins mit banderole hier finde natürlich nicht kraspel 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 die banderolen sind alle schon weg aber macht nichts das ist jetzt auch für den moment irrelevant das ist so ein gestricktes sonnen es sieht aus wie ein kleiner in sich gestrickter faden ist total weich und fluffig und hat einen wunderschönen farbverlauf nur das knäuelchen hatten sehr dunkle farbverlauf insgesamt kann ich euch mal zeigen augenblick so sieht es verstrickt aus da habe ich auch schon mal experimentiert das gibt so ein zacken tuch das gibt es frei im internet ich komme jetzt nicht drauf wenn ich daran denke werde ich euch verlinken aber das war mit das war mir jetzt auch ein bisschen zu düster dafür das ist jetzt halt ein frühlingshaftes blätterwerk das hätte man durchaus als herbstliches blätterwerk durchaus sehen können aber ich habe es hat nicht gezündet das kennt ihr ja auch alle wenn das strickwerk was man so muss ich im kopf ausmalt wenn es dann beim probieren und bei der marschenprobe machen nicht zündet und das hat nicht gezündet das hat auch nicht gezündet ich habe noch ein ganzes stück mehr dran gestrickt gehabt schon und es ist eine wunderbare machart wie gesagt ich werde wirklich gucken dass ich es unten rein stelle oder ich meine revelry seite mache da habe ich auch noch so viel altlasten zu bewältigen egal viele von euch wenn es kennen und für den moment reicht es ja auch aus euch das mal so zu zeigen wie die wolle verstrickt aussieht in farbfeldern das gibt dann nicht die diese art der strickerei betont natürlich die einzelnen farben und deswegen hat es mir auch gut gefallen aber jetzt im moment dieses fluffige garn davon ahornblätter zu stricken in der menge für das projekt habe ich gestern abend entschieden boah nee nee also wenn die strickpolizei jetzt kommt und mich verhaftet da ist es halt so ich werde dieses projekt nicht als mein drittes projekt für strick 6 in 2019 definieren nein mache ich nicht nein 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 es hat keinen wert es wird ein ufo es wird stressig es macht keinen spaß für mich mit dieser wolle wie vorgesehen und mit dieser auch nicht weil da habe ich ja natürlich auch noch experimentiert ich war ja ich war ja dann angeflascht ich musste diese wolle auch mal probieren wie verstrickt die sich für ein projekt was ich auch schon lange schon lange in meine to do bist du jetzt beinahe gesagt in meinen plänen die mir zu tausenden durch den kopf schießen auch als doch ganz interessant angesehen hatte und da habe ich experimentiert so sieht das momentan aus ich will euch aber die anleitung zeigen jetzt bin ich überlegen wo habe ich denn die wieder hin ja das ist halt so in dieser folge aber macht ja nix in diesem heft habe ich ja anleitung gefunden ohne ende und was habe ich gesehen ein schälscher moment seite 44 wo ich gedacht habe okay wenn es schon nicht mit ahorn blättern was wird dann macht doch wenigstens andere blätter und einen anderen blättern schal nach einer anderen anleitung habe ich den hier entdeckt ist ja nicht toll mal gucken ob es scharf stellt ich hoffe ich gehe mal also ich kann es jetzt hier nicht sehen ob es scharf stellt gut ich hoffe mal ja also da war ich angefixt dann habe ich die anleitung seitenweise anleitung was gut ist von schuppel und ich habe mir das dann sogar raus geschrieben hier weil ich hatte kein kopierpapier mehr konnte mir das nicht raus kopieren und immer mit dem buch auf dem schoß darum experimentieren also habe ich mir das eine erste blatt aufgeschrieben es sollte ja jetzt was blättriges werden bei meinem strick 6 in 2009 damit ich zumindestens a entweder die wolle verwende diese hier oder diese hier und b mein mein vorhaben umsetze und c sollten zahlenblätter sein ich sag euch es war das war mein erstes blatt mit dieser kaschmierwolle die viel zu klein habe ich auf dreier nadeln gestrickt also wenn ich da jetzt ging nicht dann habe ich experimentiert mit dem schuppel zauberball und mohair faden da kam das blatt bei rüber das kann man jetzt schon mal sehen also das ist schon mal ganz okay aber es strickt sich nicht schön zweifädig so diese ab und zunahmen und am rand und überhaupt also zweifädig ginge aber ich wollte es dann schlussendlich vermeiden als mohair garn dazu hatte ich zu meinem schuppel ball dieses silk mohair habe ich mir so toll ausgemalt war ich dann schon habe ich gedacht okay aber dann habe ich gedacht nie nie das ist es auch nicht also habe ich wieder zu meinem tropste light gegriffen weil ich fand das bestimmt farblich kommt das bestimmt toll rüber so was habe ich gemacht habe ich ein probeblatt gestrickt das ist jetzt ideal von der größe von der konsistenz da habe ich dann vier holznädelchen genommen vom nadelspiel und toll ich kann das so in dem licht vielleicht noch ein bisschen besser zeigen also so darf man sich es gerne vorstellen und auch der farbverlauf wird bestimmt gut also habe ich mal losgelegt und habe das in grün gestrickt mit dem grüne garn mit dem auch hier dieses tropste light hinter das grün einfach mal zur probe aber da habe ich auch ich habe da rumgetüttelt und rumgetüttelt und schlussendlich und dann habe ich gemerkt ich habe die anleitung fünfmal gelesen eigentlich hätten jetzt diese zwei blätter hier aufhören sollen vom konstrukt her kommt ein blatt unten dann kommen zwei dann drei dann vier immer mehr und als die anleitung ich habe sie fünfmal gelesen auf einmal hatte ich hier noch ein halbes blatt und das hätte gar nicht das hier das hätte gar nicht dahin soll und es sieht aus wie das werk von einer strick anfängerin die in ihrem ganzen leben noch nichts gestrickt hat und dann gleich so ein gewurschtel ach nee leute ich habe gedacht also ich habe die blätter gekippt erst habe ich gedacht machst noch mal ein anderes gern versuchts in frühlingsfarben aber das das kann ich wirklich erst mal vergessen vielleicht 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 kriege ich ja noch mal lust so was im herbst zu arbeiten weil das sind ja so herbstblätter aber nee 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 da wäre ich nicht glücklich und wenn ich nicht glücklich bin dann müssen viele leute leiden dann funktioniert nämlich gar nichts mehr bei klein sylvia und deswegen habe ich das erste mal ich habe die wolle die ich alle ausprobieren wollte und wo ich dann mal rum die habe ich alle mal in den sack gesteckt und dabei beim rumsuchen ist mir was in die hände gefallen was ich wenn ich wirklich mal ein paar ufos beendet habe der pulle hier den finde ich toll aus diesem kaschmirgarn das nimmt sich moment jetzt doch noch mal ich habe die banderole gefunden das ist dieses darin wo ich euch den angefangenen zackenschal gezeigt habe den hier das ist aus diesem diesen garen Achtung werbung 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 ich glaube wir stehen wirklich mit einem bein im gefängnis wenn wir das nicht dazu sagen und das so ein entrelac wird mich auch mal sehr reizen und ich habe nicht nur diese farbe die ich euch in diesen zackenschal zeige sondern entschuldigung wenn es krasch wird ich habe auch noch diese farbe und das wird bestimmt gut aber ich stelle das ganze weit zurück ich habe das jetzt in diese plastiktüte geschafft ich lege das heft da ist sonst nichts interessantes dabei lege ich dazu und meine blattmuster versuche auch und da möge es erstmal ruhen da möge es ruhen und ist halt so und die strickpolizei verhaftet mich jetzt hoffentlich nicht wenn ich ein anderes projekt zu meinem dritten strick 6 in 2019 projekt güre wo alle vielleicht mehr was davon haben und ich ganz besonders und der grund ist das eine aus unserer gruppe die liebe annette hat auch vor diesen tollen cardigan zu stricken diesen hier die die meisten kennen ihn und kennen ihn auch aus meinen vorherigen folgen und da habe ich gedacht hey das kann ja wohl nicht wahr sein ich habe jetzt schon so viel daran rum gestrickt ich werde dies jetzt zu meinem dritten projekt machen in 2019 dann wird er ja hoffentlich auch fertig und es animiert mich sehr dass die liebe annette die da auch eine sehr talentierte strickerin ist dieses teil stricken will und das bringt mich sicher voran ich habe ja das habe ich euch noch nicht gezeigt seit meiner letzten folge war ich glaube ich wo war ich denn hier irgendwo ich habe leider kein progress kieber reingesteckt aber ich bin jetzt bei den herzchen da wären halt die herzchen zu blättern oder die blätter zu herzchen egal es wird weiter gestrickt an diesem projekt und das ist mein in dem zwei monats turnus habe ich jetzt zu meinem dritten projekt der nummer zwei umgeswitcht und ich hoffe ihr verzeiht mir das vielleicht habt ihr ja auch was davon wenn ich schlussendlich mit dem projekt auch echt mal ein stück weiter komme denn es wäre zu schade wenn der nicht bald fertig würde zumindestens bis in herbst hinein denn es ist ein wirklich tolles Stück so jetzt bin ich richtig erleichtert dass ich euch das gesagt habe ja es waren ja allerhand wollfeste in leipzig und in hohenlohe da habe ich mit interesse so ich brauche nicht brauche nicht unbedingt fernsehen ich gucke lieber dann solche youtube sachen und war froh und glücklich mit euch zusammen dass ihr so tolle erlebnisse hatte dass ihr euch so viele zusammengetan habt getroffen habt gemeinsam gefahren seid dass ihr gemeinsam irgendwo übernachtet habt sei es die zuseherinnen und die aktiven youtuber und das ist auch vor allen dingen zwischen den zusehern und den youtuber zu begegnungen kam persönlich kennenlernen ist immer eine ganz tolle sache ich persönlich konnte nach leipzig sowieso nicht weil das hatte ich euch ja berichtet ich bin ja kurz vorher aus dubai aus den emiraten zurückgekommen und das hohenloher wolffest das hätte mich auch mega gereizt gehabt aber es gibt viele private gründe die ich jetzt an der stelle hier nicht ausführe weil diejenigen die es betrifft die wollen das nicht so dass ich das hier in der ganzen welt herum erzähle aber es gibt familiär und privat viel zu tun derzeit und ich kann schlecht planen ich habe momentan kaum planungssicherheit weil mir dauert einer einen strich durch die rechnung macht und das ist aber nicht schlimm das sind so phasen im leben das weiß ich inzwischen das geht auch vorüber und da muss man halt prioritäten setzen außerdem habe ich wirklich genug wolle und ich kenne mich ich bin dann ich kaufe dann einfach zu viel obwohl ich und nicht projektbezogen das ist außer dem vorhaben für 2019 wirklich am ende des jahres nur fünf projekte noch übrig zu haben die ich gleichzeitig in der mache habe ist mein zweites vorhaben auch wirklich mein stash abzubauen Leute in meinem alter in dem ich bin ich kann das sonst gar nicht mehr alles verstricken und wenn ich mal was kaufe wenn dann soll es projektbezogen sein wirklich projektbezogen und das haben ja auch einige von euch super vorgemacht und das macht auch wirklich am allermeisten Sinn das eine oder andere Strumpf oder Sockenwollknäuelchen das geht ja sowieso mal mit aber man sieht das ja hier an diesem Beispiel ich muss es jetzt nochmal hinhalten es hat eigentlich keinen Sinn sich eine Anleitung vorzunehmen und dann aus dem vorhandenen bei so einem komplexen Projekt aus dem vorhandenen Material was man in seinen Schränken und Kisten hat rumzusuchen und zu probieren und zu probieren das bringt es irgendwie nicht das muss man anders aufziehen ja also das heißt ich könnte mir vorstellen dass zum Beispiel eine Wolle von Zitronen hatte ich auch schon mal eine ach die für den Komodo da hinten der da hinten hängt an meiner Tür das ist so ein schönes griffiges Garn weich aber auch griffig und ein toller Farbverlauf so eine Wolle würde sich besser eignen wie so eine weiche fluffige Wolle für die Blätter für den Blätterschal den ich mit Sicherheit irgendwann so Gott will noch Stricke aber ja ich habe nämlich noch und zwischendurch das Projekt begonnen und zwar war ich angefixt war wieder eine Virenschleuder unterwegs ja da kann ich ich habe meinen Kopf hier hinter mir stehen falle ich drüber Neuzugang dieses Buch habe ich mir aus dem Gebrauchtbüchermarkt schnell noch ergattert wer hat mich da angefixt eine Dame die Kiko die ist ja ganz toll echt Kikos kleine Strickschule heißt das kleine Strickschule oder Kikos Strickschule aus Wiesbaden die hat jetzt auch einen YouTube-Kanal drei Folgen hat sie glaube ich schon rausgehauen und da ist das ist so toll also Kiko wenn du das jetzt sehen solltest ich muss dir tausend Komplimente machen das gefällt mir mega wie du das machst das ist überhaupt so was bei den YouTubern egal wer es ist jede ich sag jetzt mal jede und jeder entwickelt so seinen eigenen Stil und seine eigenen ja Akzente und das was die Kiko macht ist auch einfach toll und da war ich dann von der zweiten Folge oder was hier also das brauche ich weil ich ja letztes Jahr haben alle meine Mädels die ich mit Stricksachen beschenke mehr oder weniger ein Tuch bekommen an Weihnachten aber das wird das Weihnachtsprojekt weil so viel zocken will ich nicht stricken habe ich momentan überhaupt keine Lust und dann habe ich dieses Buch noch gekriegt ich will es jetzt nicht aufmachen ihr habt es ja jetzt gesehen es ist vom Top Verlag ich zeige euch wie das Ding heißt Harimaki Haramaki dann guckte mal unten ich werde es euch das werde ich euch wirklich verlinken ähm den Kanal von der Kiko da seid ihr platt was die für tolle Sachen macht vor allen Dingen für alle die viel viel Sockenwolle daheim haben die Opalwolle sie macht viel aus Opal und ich habe doch neulich von der lieben Angela hallo Angela dieses Knäuelchen zusammen mit zwei drei anderen Knäuelchen gekriegt und da habe ich gedacht okay das ist Opalwolle fängst du gleich mal an und das ist auch ein schönes Unterwegsprojekt und soweit bin ich da jetzt schon ich gucke mal ob ich auf die schnelle ich habe natürlich keinen Zettel reingelegt dass ähm die Vorlage das Muster dazu finde also das ist so ein Patentding das die Kiko kann es besser erklären schaut einfach bei ihr hier Kyoto ist mein Modell das ist das spiralförmig gestrickt ne so Achtung ich habe was gehört den Augenblick ich dachte es hätte an der Tür geklingelt aber Gott sei Dank war nicht so ne da kann ich jetzt weitermachen also hier entsteht ein neues Zwischendurch der Projekt aber das muss ja das wird ja sozusagen habe ich natürlich auch eine Ausrede das wird sozusagen der Prototyp und damit ich auch ein ungefähren Gefühl dafür bekomme wie lange brauche ich dazu und wer hat es verdient dass er so ein Teil von mir geschenkt bekommt aber Sockenwolle hätte ich genug die so endlich Verwendung findet ne da sind ganz tolle tolle Modelle drin und hauptsächlich auch die Designerin das ist die Martina Ome Mura Ome Mura die tut sich daher vor halt auch hauptsächlich aus Opalwolle genauso wie die Kiko aber das ist ja egal ob man jetzt nur Opalwolle nimmt und es eignet sich natürlich jedes andere Sockengarn auch und handgefärbte Garne wunderschöne mit Sicherheit genauso für diese tolle Idee und das kann man das ist zwar auch ein Herbst Winter Projekt was man auch im Sommer streben kann ne und er ist wie diese Blätter diesen herbstlichen Blätterschal O Leute ich habe schon 33 Minuten gebabbelt und ich bin noch lange nicht fertig ach zu Kanäle weil wir bei Kanälen sind will ich noch eine Ergänzung machen zu einem Kanal den ich sofort so wie die da ein neues Filmchen hochlädt mache ich das an und es hat mir in den letzten vier Wochen sehr geholfen weil ich hatte naja ist egal ich will es jetzt nicht erzählen aber ich hatte auch manches Tief und da habe ich einen Geheimtipp für euch guckt bitte Strick mit Kick ne also wer Strick mit Kick guckt wenn er am Boden ist muss zwangsläufig lachen und ist wieder auferstanden und hat Spaß am Leben also sie ist ja wirklich 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 ein Kracher ne wenn sie dann immer so in die Kamera hat heute morgen habe ich mich selbst auch gedacht dass ich auch so gemacht habe weil es war eine Situation die war genauso ich habe zwar keine kein Kind eins zwei oder sonst drei oder vier bei mir aber es gibt Situationen also wenn du das jetzt siehst ich danke dir für deine herzliche Lache und deinen Humor es wird vielleicht Leute geben die sind davon nicht angetan aber ich bin's mir tut's gut mach bitte bitte jede Woche ein Filmchen und wenn du nur schwätzt und erzählst und aus deinen Chaos Tagen berichtest die dir auch nur so streifst ne es geht ja nicht ins Detail ja also jetzt habe ich genug davon geredet Strick mit Kick Titel sagt alles ok weiter geht's mein zweites Projekt aus Strick 6 in 2019 ist ein bisschen ein Sorgenkind aber ich will euch nicht vorenthalten wie weit ich jetzt bin guckt mal das habe ich alles fertig da unten habe ich eine Lace Kante noch dran gestrickt weil mir das gut gefallen hat dazu weil ich ja hier auch Lace gestrickt habe und zwar das sind das ist ein ganz einfaches Lace Muster ich kann's euch jetzt gar nicht sagen das sind zwei Maschen ach egal ich müsste es raussuchen die Strickschrift es werden drei Maschen links gestrickt oder rechts ich weiß gar nicht mehr von welcher Seite dann wird ein Umschlag gemacht und zwei zusammen und dann wieder zwei zusammen und ein Umschlag und es kommt so wunderschön also das müsste ja wirklich immer kann man ja wirklich sehen wie toll das gewonnen ist was das für einen tollen Effekt hat ja vielleicht schreibe ich es noch raus auch was ich immer alles verspreche hier habe ich diese Fake Naht gemacht mit links rechts verschränkt links dann entsteht hier ein bisschen so ein schöner Fall an der Seite die Ärmel das eine Ärmelchen ist noch abgetrennt das andere habe ich jetzt aufgenommen und könnte wunderbar weiter stricken ich möchte diese Kante hier dieses Lila von dem habe ich noch und von dem habe ich auch noch genug weiß ich jetzt noch nicht so genau wie lange ich es mache vielleicht fange ich jetzt schon damit an ich möchte diese Kante auch hier am Ärmel als Abschluss machen Achtung die typische Strick-Jugtube-Handhaltung Handhaltung Kopfkinn-Handhaltung das kommt dann da auch noch als Abschluss dran ich glaube das sieht sehr schön aus das ist alles so schön geworden was aber nicht schön ach die eingefasst habe ich es auch hier oben wie man sehen kann ich hoffe beim Waschen glättet sich das noch ein bisschen hier hatte ich dummerweise weil ich erst nicht sicher war ob ich überhaupt wirklich ein 1-Links-1-Rechts-Abschluss mache habe ich mal vorsichtshalber schon so eine Art Rollrand vorgesehen indem ich hier linke Reihen gestrickt habe aber es ist ja jetzt doch anders geworden das macht aber nichts das gibt dem Ganzen so eine gewisse Stabilität hier oben ich sehe es halt immer positiv egal aber hier stoße ich an meine Grenzen hier habe ich jetzt schon mal mit Genilgarn das was so total ungleichmäßig war hier unten kann man es wieder sehen im Glatten wie ungleichmäßig das ist hier ich habe schon ein bisschen gezogen habe schon mit der Nadel reingestochen und die großen Löcher versucht zu verkleinern und die kleinen Löcher zu vergrößern ich habe jetzt mir überlegt ich werde es fertig stricken an den Ärmeln werde es waschen das hier kann man so lassen da habe ich jetzt so lange dran rumgefrickelt das bleibt jetzt so als Eyecatcher da oben das ist dann auch korrespondieren zu dem hier unten entweder beim entspannen und ein bisschen versuchen besser hinzukriegen entweder das wird besser und wenn es nicht besser wird muss mir noch was einfallen aber das hat mich jetzt so ein bisschen ausgebremst weil das ist an und für sich so ein schönes Teilchen Leute guckte mal dass ich hier dummerweise ich weiß nicht was ich gemacht habe ich habe wirklich versucht gleichmäßiger zu stricken da unten kann man es sehen da ist mir das dann so aufgefallen gewesen aber auch da ist die eine Seite klein und die andere groß Mist Mist, Mist, Mist Ach, vielleicht stricke ich einfach ein paar Blätter und tacker die da drauf das wäre doch eine Lösung weil ansonsten ist es wirklich so schön und es könnte schon fertig sein wenn ich da jetzt nicht so ein bisschen ja, ihr kennt das ja, ne gut ich bin pitschi patschi nass geschwitzt vor lauter erzählen ich habe noch was angestellt auch ich habe noch mehr angestellt ihr kennt das ja alle ich brauche noch für ein Geschenk ein Kinderteil den Pulli habe ich schon da das ist die Vorlage von der Größe das ist die richtige Größe wobei die Ärmelchen erscheinen mir erscheinen mir ein bisschen eng die kann man ja größer machen aber das ist die Abmessung die derzeit gefragt ist und ich bin in mein Stash getaucht und habe von der lieben Momas Wollwelt noch diesen kleinen Boppel gefunden und da musste ich natürlich gestern gleich die Maschenprobe machen hier habe ich erst mit Nadeln drei drei ja, Nadeln drei nee, das war dreieinhalb hier unten dann habe ich gemerkt, es wird wieder zu locker dann habe ich drei genommen und das wird gut das ist die Basis für meine Berechnung eines Kinder Racklanos von der Nicola Susan denn mit dem Racklano habe ich ja hier auch die Maße errechnet weil sie hat das wunderbar das ist eine kostenfreie Anleitung Racklano ich zeige es euch nochmal findet ihr auf Reverie und da gibt es bei der Vorbereitung ein Modul wo man, wenn man seine Maße einträgt und die Maschenprobe hat kann man sich genau errechnen wie die Racklan-Geschichte hier oben laufen soll und das habe ich jetzt vor auch als Kinder Dings zu machen als Kinderjäckchen es gibt ein Pullichen einfach was zum drüberziehen in diesen netten Sommerfarben und wenn das nicht reicht mache ich unten am Rand aus dieser Wolle noch ein Blattmuster dran ja es gibt ja so schöne Blattmuster Ränder ok aber das wisst ihr ja bei mir entwickelt sich das im Laufe des Strickens immer mehr, immer mehr jetzt schaue ich schon wiederum ob ich nicht noch was Wichtiges vergessen habe euch zu zeigen ähm ähm Neuzugänge ach ja ich hab's mit diesem Tuch hier bin ich auch ein ganzes Stück vorangekommen aber nicht glücklich da kommt nämlich jetzt die Kante da habe ich schon angefangen die Kante wird quer dran gestrickt und dann mit verkürzten Reihen oh das ist jetzt oh Leute jetzt das darf ja wohl nicht wahr sein ich will euch das zeigen und guckt mal wie das jetzt ist oh Gott ich hab's schon abgenadelt hier ungewollt macht aber nichts ich trenne es nämlich sowieso auf jetzt würde das hier so quer dran gestrickt ich zeig's euch gleich auf dem Foto ne um dieses elendig lange Teil das ist ich weiß nicht wie viel hundert Maschen immer zack 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 hin und her aber nicht nur das die liebe Ute hat das ja noch wunderbar designt ne hier ich zeig euch das mal hier ähm und ich muss euch gestehen es sei ein optisch gefällt mir wunderbar und es gibt natürlich auch jede Menge Leute die das wunder wunder wunderbar machen mit einer Akribie und einer Geduld aber ich gehöre nicht dazu nein ich werde auch das verändern oh Wunder ne wundert sich jemand ich nicht ich finde es schön von der Ute sehr gelungen weil auch dieser Verlauf hier das ist ja wirklich edel ne ähm das ganze Tuch auch die Beschreibung da sind noch mehr Tücher in diesem Heft von ihr drin da hab ich ja schon eh da werd ich eh noch mehr machen ganz klar aber dieses ich hab's probiert ich hab's probiert ich bin tapfer gewesen ich hab's probiert diese Abschlusskante da unten so zu machen ich komm nicht klar weil immer das ganze hin und her und hin und her und hin echt hab ich keine Geduld dazu echt kribbelig hat's keinen Wert ich werde einen zweifarbigen Brioche rand unten dran stricken ne ich hoffe ihr verzeiht mir das und dann kleine Pferdezügel abketten wahrscheinlich ich glaub so ein dicke Eikor dran muss mit dran und dann ist dieses Tuch wenigstens fertig ne und da werde ich irgendeine andere schöne Anleitung von der Ute mal nehmen gelegentlich und mal gucken ob ich das dann so durcharbeite wie sie es vorgesehen hat ne gut noch ein Geständnis es ist die Folge der Geständnisse habe ich noch was zu gestehen ach ja 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 das will ich euch ja nicht vorenthalten ich habe bei Jokers das ist ja dieses Outlet von Weltbild Reklame Werbung 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 selbst bezahlt und selbst bestellt habe ich mir zwei Strickbücher bestellt eins was mich schon länger mal gereizt hat auch im Zusammenhang mit dem was ich euch hier am Anfang das Teilchen erklärt habe mal ein Buch von der Veronika Huck Bobbel stricken ja ich muss sagen ja also es sind schöne Sachen drin aber bislang war noch nichts das ist vielleicht ganz nett mit den Herzchen bislang war das gefällt mir auch ganz gut warum es hat Blätter sind es nicht aber so zumindest die Farben also das würde ich nacharbeiten das gefällt mir sehr gut auch genau so in den Farben finde ich sehr schön und dieser Loop den finde ich auch nicht schlecht mal so ein Loop aus Bobbelgarn ist auch mal eine feine Sache ein Herzchen drin oh ja ein Multimus auch nicht verkehrt ja es ist okay natürlich sind auch ein paar Tipps drin und Tricks ja insgesamt okay weil es gibt ja es sind ja Leute die das das erste Mal in die Hand nehmen so ein Bobbel die wissen ja gar nicht was im Grunde genommen mit so ein Bobbel anfangen sollen mir ging es am Anfang ganz genau so ja jetzt habe ich diese tolle Wolle was stricke ich denn jetzt da draus dafür ist es wirklich empfehlenswert und zwei Modelle diesen Loop und diesen Blätterschal der reizt mich auch zu machen damit ich auch mal was von der lieben Veronika die tut ja auch einiges für unsere Handarbeitswelt hier und habe ich gedacht ich kaufe mal ein Buch von ihr man muss ja das auch ein bisschen unterstützen und dann habe ich also habe ich einen Glücksgriff gemacht ich zeige euch nur das Titelbild falls ihr noch eine Chance habt euch dieses Buch zu bestellen hier ist es jetzt seitenverkehrt ich hoffe es ist nachher nicht seitenverkehrt dieses Buch ist eine Offenbar das Titelmodell da denkt man erst ach naja also würde ich mir sowas stricken weiß ich nicht aber hier ist nochmal ein Ausschnitt von hinten aber da ist wirklich fast jedes Modell ein Kracher für mich hier ist von dem Modell die Rückenansicht das kann man auch variieren also das muss nicht unbedingt als so mit Ärmelchen und so man kann es auch als Pelerine nehmen ich hoffe die Anleitungen sind gut also richtig korrekt weil das sind ja Sachen drin oh ich habe das Buch ich habe die Zeit vergessen ich habe es so dringend weggemusst ich habe aber erstmal in dem Buch geblättert und geschaut was da für tolle tolle Sachen drin sind ähm ich war ich könnte da jedes einzelne Modell mir vornehmen vielleicht ein, zwei Ausnahmen das finde ich auch ganz toll vielleicht ein bisschen größer nicht so klein aber die Machart und dann kann man so ein schönes Muster wunderbar umsetzen eignet sich natürlich auch für ein Boppel ähm klar das Schälchen ist jetzt nicht so oder Birne also aber guck doch mal hier oh oh wird jetzt Trick mit Kick machen oh ist das was oder ist das was? echt und das in einem Stück Blütentunika ich sag euch das gefällt mir auch so gut das ist auch so toll und warum? Blattmuster hey das könnt ich machen dass ich noch ein Blattmustertuch dieses Jahr als zwischendurch Störprojekt aus dem schönen sommerlichen Frühlings-Touch-Sommer-Touch-Garn dann hätte ich ja dann doch irgendwas erfüllt das ist auch schön obwohl ich glaube das ist ein bisschen klein und da müsste man halt gucken das wird von oben nach unten gestrickt wenn es von unten nach oben gestrickt würde kann man es ja immer größer machen so groß wie man es braucht aber von oben nach unten gestrickt aber die Farbe ist toll und die macht Art gut muss man halt oben mehr anfangen finde ich jetzt wieder ein bisschen blöd für mich weil ich rechne nicht gern um so Sachen also ich habe jetzt genug geschwärmt von dem Buch wenn ihr es noch kriegen könnt das war auch nicht teuer das ist ein Outlet Buch das ist wirklich preisgünstig zu haben rentiert sich wer gern sowas stricken möchte meine Empfehlung für heute so ich glaube ich habe es tatsächlich es gibt noch das eine oder andere was ernennenswert, erzählenswert wäre ich hatte mir ein paar Notizen gemacht aber die finde ich natürlich nicht in meinem ich habe momentan hier ein schreckliches Chaos gut ich lasse es mal dabei ich habe euch einiges erklärt einiges gezeigt und hoffe ihr konntet alles nachvollziehen hattet Spaß bei dieser Folge und wenn ich jetzt nicht schneiden will muss ich nochmal auf Pause drücken und mein Maschenbild holen aber ne ich sehe es da was ich euch zeigen kann das ist mehr sowas Experimentelles wirkt jetzt nicht so das ist eine Iris eine Iris sieht natürlich so wenn das nicht im Rahmen ist da gehört ein Passepartout rum da habe ich einmal die Pappe ausprobiert da habe ich neue Farben ausprobiert und es sollte ein bisschen sowas modernes werden wenn ich ehrlich bin es ist ein Testbild ich sollte nochmal eine Iris malen aber anders aber ich bin ganz begeistert gewesen wie sich das hier ich zeige es euch mal von nah könnt ihr das vielleicht sehen wie ich rum experimentiert habe das ist eine sehr dicke Pappe und die nimmt natürlich die Farbe auf wie verrückt aber ich liebe Iris Pflanzen aber das Blatt hier das finde ich schon mal sehr das wirkt natürlich von fern besser das finde ich gut gelungen diese Stelle finde ich auch gut gelungen auch der Kelch unten und das hier ist gut aber das hier oben sagt mir mal ehrlich eure Meinung das gezackelte hier ja so ist es halt nicht nur beim Handarbeiten auch beim Malen hinten habe ich auch nochmal so ein das sollte mal ein Bambus werden aber das ist uralt das ist aus meinen Anfängen da haben wir Steine ne Steine gemalt war in der kleinen Malschule wo ich mal war aber auch da da kommt es aufs Detail drauf an dieser das ist halt dieses Zauberhafte am Aquarell ups ja das ist jetzt gut da konnte ich euch das auch mal zeigen sowas in der Art ich werde bevor ich es ähm in die Kiste mit Fehlversuchen schmeiße werde ich es erstmal A versuchen nochmal vielleicht zu malen und der B vorher auch nochmal mit mit dem Passepartout abdecken dass es richtig schön eingerahmt ist dann kann man auch mal sich eine andere Vorstellung machen und vielleicht kann ich ja noch ein bisschen nacharbeiten das geht ja auch man muss es dann hier da würde ich hier nichts nacharbeiten aber hier oben anfeuchten und egal wenn es was geworden ist dann zeige ich es euch irgendwann ja was steht noch bevor ach das wollte ich noch sagen das Aschaffenburger Wollträume fest steht an da war ich ja zweimal hintereinander auch da werde ich leider nicht hingehen nein 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 der Grund ist dass wir an diesem Wochenende einen Mädelsausflug machen und zwar ich bin in einer Gymnastik Damengruppe wir existieren seit sage und schreibe 45 Jahren ich selbst bin seit 38 Jahren dabei wir haben noch Gründungsmitglieder dabei und wir haben gedacht wie das mit dem 50. Jubiläum wird das wissen wir nicht in 5 Jahren aber das feiern wir halt das 45 und da haben wir uns einen Ausflug überlegt und fahren mit einem ansässigen Busunternehmen für zwei Tage nach Ulm an diesem Wochenende es war schwer genug den Termin zu finden es ist Muttertag aber wir sind fast alle in dem Alter dass wir unsere Mütter dass wir unsere Mütter nicht mehr haben oder nicht unbedingt nur am Muttertag beehren müssen das lässt sich tricksen wir sind jetzt sozusagen und top bei den Senioren und dürfen den Muttertag mal so genießen und da machen wir eine tolle Geschichte draus wir werden hoffentlich zwei schöne Tage haben allen die aufs Aschaffenburger Wollträume festgehen wünsche ich viel Spaß gute Einkäufe tolle Erlebnisse nette Begegnungen viele Anregungen und kommt nicht so zurück als Virenschleuder doch das ist schon schön dass wir uns hier gegenseitig anstecken das ist ja jedem überlassen was er schlussendlich draus macht in diesem Sinne hoffe ich dass ich euch nicht total hier infiziert habe nur so ein bisschen ich wünsche euch eine gute Zeit bis zum nächsten Mal strickt schön fleißig und genießt das Frühjahr richtig von Herzen eure Sylvia tschüss